Rand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Ja, die Strecke kennen wir ja auch. Jetzt steht also ein Duell-Event gegen die Transamerica Pacers an. Das ist gut. Immerhin musst du da nur einen von ihnen überholen. Ha. Wow. Stimmt ja, ich war ja hier mit dem Muster unterwegs das erste Mal. Ich bin jetzt dran gewohnt, dass ich jetzt schon eher einlenke. Beziehungsweise aufs Drift machten muss. So. Probe. Die ich mal voll versemmelt. Ich weiß, ihr hättet bestimmt den Crash sehen, oder? Oh mein Gott. Fuck. Oh. Oh nein, ich kann nicht zurückspulen. Momentchen mal. Ah, okay. Boah, ich dacht schon. Schock, ey. Schockmoment. Das wär's jetzt gewesen. Wenn das nicht gegangen wär. Gar nicht gut, wer kommt in Nähe. Ich find's schade, dass kein Cockpit-Sicht möglich ist in dem Spiel. Hätt' ich gerne. Hätt' ich gerne. Hätt' ich gerne gehabt. Oh, wie nahm wir den Werke. So. Ich glaube, die sind doch bald am Ziel, oder? Ja, oder? Ja, ja. Easy. Naja, nicht sogar, aber hingekriegt. 1,32. Fantastisch, erster Platz. Ja. Ich denke, das brauchen wir uns ja nicht jedes Mal anzuhören, was der da plappert. Scheint ja immer dasselbe zu sein. Du bist hier schon öfter gefahren, also kannst du's heute richtig krachen lassen. Oh, ne, ja, krachen lassen, indem ich in den Baum fahre oder gar nicht. Mensch, Mensch. So, schön am Rand fahren hier. Hoppala. Einfach das Gas wegnehmen und dann kann man den auch schon wieder kontrollieren, den Wagen. oder einfach weniger Gas geben. Voll. Wie geht das alles? Äh, wow. Das war, äh, knapp. Da war ein Eichhörnchen! Neuuuun! Ich hoffe es lebt. Du Eichhörnchen! Oh mein Gott! Also du bist so ein Ruhetyp. Mein Wagen ist im Arsch, der zieht nach rechts! Nein! Okay, im Moment ist das okay. Aber wenn ich links lenken muss nicht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gesandwagen aufmarsch! Läuft da ein Eichhörnchen auf die Straße, ich werde nicht mehr. Gibt's doch nicht, ey! Eichhörnchen! BOMM! Zu geil. 1.37 Fantastisch. Erster Platz. Weiter so. Oh man. Hey, ich glaub das kennen wir. Oh. Oh. Was hat der denn für nen Start gehabt? Oh. Hat aber einfach abgegriffst oder was? Ne, das Eichhörte vielleicht wieder. Hat hier aber keine Kanade mehr. Killer Eichhörte. So. Ey. Der hängt mir echt auf den Pelle. Mann, der ist echt gut. Oder ich bin einfach ne total scheiße. Oh. Eichhörte. 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 Oh. Eichhörte. Es kommt hier jedes Mal das Eichhörte. So. Da bremst der gleich ab. Ein bisschen Wind schütten. Wenn ihr den Wind ein bisschen hört. Und das schaffen wir irgendwie, oder? Das muss ich hinkriegen. Oh yeah. Den hab ich rausgekickt. Oh yeah. Ja. Easy, oder? Yeah. Ja. Trotzdem noch 1,35. Du hast die Pacers gerade auf Anhieb in ihrem Parade-Event besiegt. Das können nicht viel an sich behaupten. Den hab ich ja auch rausgekickt, ey. Ich war richtig rausgekickt. Fans. Na? Na ja. Ganz okay, würde ich sagen. Dein Newsfeed lässt darauf schließen, dass die erste WSR-Saison das heißeste Event des Jahres wird. Mehr Fans können wir im Moment nicht erreichen. Ach. Jetzt müssen wir nur noch die bestmögliche Show hinlegen. Ja. Und ich würde sagen, das machen wir noch beim nächsten Let's Play mit Nickel 2. Wir sehen uns. Euer Niklas. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.